Die schottische Musikproduzentin Sophie Sion ist tot. Die 34-Jährige kam bei einem Kletterunfall an Athen ums Leben. Die meist nur als Sophie bekannte Musikproduzentin war für ihren intensiven Elektro-Hop-Kreation. Die schottische Musikproduzentin Sophie Sion ist bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen. Das teilte das Plattenlabel Transgressive am Samstag auf seiner Website. Sie war getreu ihrer Spiritualität in die Höhe geklettert, um den Vollmund zu sehen, und rutschte versehentlich aus und fiel, hieß es dort. Dem Guardian zufolge spielte sich das Unglück in den frühen Morgenstunden des Samstags in Athen ab, wo die 34 Jahre die meist nur als Sophie bekannte Musikproduzentin war für ihren intensiven Elektro-Hop-Kreationen bekannt. Für ihr 2018 erschien eines Albums All of Everybody's UN Insights war sie für den Grammy Evosophies Management, würdigte sie dem Guardian zufolge als Pionierin eines neuen Klangs und als eine der einflussreichsten Künstlerinnen des vergangenen Jahres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020